Guten Tag, ihr seid auf dem Kanal Global Fashion Workshop Germany. Liebe Nähfreunde, wir stehen wieder vor der schönsten und besinnlichsten Zeit des Jahres, Weihnachten. Die Nadeln klappern, die Stoffe glänzen und die Vorfreude auf westlichen Näharbeiten erfüllt uns mit Freude. In diesem weihnachtlichen Zauber möchte ich euch alle herzlich begrüßen und wünsche euch und euren Familien ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Möge diese Zeit des Jahres euch Ruhe, Liebe und Inspiration für viele zauberhafte Nähprojekte schenken. Das vergangene Jahr war voller kreativer Momente und wundervolle Näharbeiten. Jede Naht, jeder Stich hat unsere Fertigkeiten bereichert und uns mit unglaublichen Kreationen belohnt. Mit dem neuen Jahr vor der Tür möchte ich euch alle ermutigen, eure Nadeln und Ideen noch kreativer tanzen zu lassen. Lasst uns neue Muster entdecken, Techniken verfeinern und uns gegenseitig inspirieren. Denn die Kunst des Lebens kennt keine Grenzen. Ich möchte euch allen auch vom Herzen für eure Unterstützung und eure Leidenschaft danken. Ihr seid die kreative Seele dieses Kanals und eure Begeisterung ist unser Antrieb. Für das kommende Jahr wünsche ich euch unendlich viele Stoffideen, reibungslose Nähte und das Glück, eure Visionen in Nähekunstwerke zu verwandeln. Möge das neue Jahr 2023 euch Freude, Gesundheit und Erfolg bringen. In diesem Sinne, frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr vom ganzen Tief hier bei Global Fashion Workshop Germany. Mögen die Nähmaschinen immer in unserem Sinne summen. Frohe Weihnachten! Hösch ... L Lebha ... Ow... L Lebha ... L Lebha ... Untertitelung des ZDF, 2020